Yo Leute, das Nils ist wieder am Start und heute geht's weiter mit EveryWeapon, wieder mal mit der Weppre, glaube ich, weil ja Vogels mal mit der Waffe gefehlt haben. Ich glaube, ich habe seitdem drei Wochen nicht mehr gezockt, keine Ahnung, also müsste auf jeden Fall entkommen. Ich hatte echt die Schnauze voll von dieser missgeburten Waffe, beziehungsweise allgemein von Ghost und dem Scheißkack, ohne Witz, ey, das hat mich echt abgefuckt die letzte Zeit. Aber, naja, wie gesagt, ich setze mich nochmal ran und ich möchte die Serie echt durchziehen, also mal gucken, ob es klappt. Und auf Strike Zone, hier ist meine Klasse. Die Perks sind eigentlich so wie Vogels malen, nur dass ich jetzt mit Intensivstation zocke und jetzt noch kurz synchronisieren. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und go. So lange habe ich nicht mehr gezockt. Ach ja, stimmt, ja, Ghost, da kann man ja nicht mit einer MP. Oh nein, da vorne kommt er. Oh mein Gott, mein Aim ist so heftig. Okay, mal gucken. Wie gesagt, wie es läuft, ist auch einer. Den haben wir. Gegner schlucken wieder gut. Vorne kommt einer. Krass, ey, ich habe die Web-Profil geiler in der Erinnerung. Ja. Okay, nochmal gucken. Hinter uns kommt einer und da auch. Oh fuck, da kommen zu viele. Hinter uns ist auch noch einer. Rechts kommt einer. Faire USB-V-Mine wieder am Start. Bin echt mal gespannt, ob das hier direkt beim ersten Versuch klappen wird. Äh, beim ersten Versuch der Aufnahme. Die Web-Profil ist ja echt scheiße. Da kommt noch einer. Scheiße, nach Land. Davon. Oh nein, zu viele. Zu viele. Okay, gut, haben wir gekriegt. Ich werde mich jetzt wirklich nicht mehr aufregen, diese Folge. Okay. Nee, nee, Leute, aufregen ist nicht mehr. Fuck, da vorne. Den holen wir uns. Hinter uns ist auch noch einer. Nice, den haben wir. Den kriegen wir auch. Oh nein, Messer, Messer. Nein, Bulldog. Fuck. Ja, was soll man da machen? Okay, nice, den kriegen wir. Hier kommt noch einer. Wo ist er? Ich will hin. Wo, der kommt da? Und da kommt noch einer. Oh, fuck, wir haben gar keine Zivier. Ich würde mir zu viel werfen. Hier kommt noch einer. Fuck, fuck. Jetzt kommt der von hier. Kommt auch noch ein Köter. Und One-Hit-Köter. Okay, fuck, hier kommt direkt einer um die Ecke. Also, die Sound-Engine ist echt Hammer in Ghost. Ohne Witz, die ist so geil. Aber, das Panic-Knifen. Das Panic-Knife kotzt mich jetzt schon wieder, ne? Das ist ja in MB2 nicht so schlimm. Wie krass man hier geneift wird. Das ist echt heftig. Meine Güte. Komm, wen ist es die Waffe, will ich heute noch schaffen? Vorhin läuft auch einer. Oh, was? Er hat die... Was? Wieso habe ich keinen Double-Kill bekommen? Ich liege mir in der Vertik. Und hinter mir kommt wieder einer? Ach, okay. Mhm, und von der Seite wieder. Egal, Leute, 15 Kills. Komm, das schaffen wir. Wird zwar kein gutes Gameplay, aber scheiß drauf. Wo ist der Köter? Oh, nein. Okay, Köter kommt. Hier war auch einer. Nice, den haben wir. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Jawohl, sehr nice. Egal, Leute, wenn wir es schaffen, dann EMS rein zu planten. Äh, yeah. Okay, genau da wollte ich das EMS sowieso hinstellen. Da passt das. Okay, es ist zerstört. Verbündete Satcom-Aktik. Ja, warte, ich fack von wo. Da kommt einer. Da kommt einer. Ich fack, ich höre zu viele Schritte. Fack, 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 Leute. Da vorne. Warte, egal, ich kann einfach mal hier rein. Fack, 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 der holt mich jetzt, oder? Was? Er liegt noch? Oh, okay, gut, guck. Wo ist der Sound-Ton? Da vorne. Nee, da. Da, da, da. Okay, sehr nice. Da kommt noch einer. Messer, den neifen wir jetzt hier nächsten. Nein, kommen wir uns die Bulldog auf. Wo ist er? Fuck, er war hinter mir. Hier kommen Leute, sieben Kills, sieben Kills. Dann haben wir die Krinte hier geschafft. Wo ist er, wo ist er, da vorne? Wo kämpft er? Da vorne kämpft er. Den haben wir auch. Da kommt er, da kommt er, ich höre hin. Okay, sehr nice. Da kommt er, da kommt der nächste. Nein, von hinten. Fuck. Da waren wir, zu viele Leute. Oh mein Gott. Dieses ständige Geneife. Aber, komm, ich bin zuverlässig. Die Runde packen wir. Ja, Schluck halt. Schluck halt wie sonst sowas. Wo sind wir hin? Ach, na, wäre jetzt mal ganz geil. Aber, schoß, mach noch. Er liegt da, ich bin an ihm vorbeigelaufen. Er ist gleich mit seiner Bulldog. Ja, und. Hol mich halt ein drittes Mal. Mach halt, mach halt, weil das kannst. Aber ich bin noch eine Satcom, ne? Hab ich ganz gut gemerkt. Oh, die mal raus. Ganz schön cool. Fuck, da vorne kommt die 100. Jawohl, und er nice wieder. Noch einer. Okay, haben wir auch. Jawohl, nice gewonnen. Ich glaube, war sogar eine ziemlich schnelle Runde, oder? Naja, auf jeden Fall geschafft. Und ich war zwar nicht so gesprächig, nur uh, ah und öh. Aber wegen Jungs, wir haben die Waffe geschafft. Und jetzt geht's direkt auf zur nächsten MP, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.